Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch solche coolen Tischabfalleimer zeigen, indem ich auch zum Beispiel alte Taschen recycelt habe, ihr braucht Reststoffe, ansonsten halt einfach nur diese klammern statt irgendein Klettband oder Magnete, die dann wahrscheinlich eh nie halten und immer wieder runterfallen. Was ihr jetzt alles dazu braucht, wie das funktioniert, das seht ihr jetzt alles in meinem Video. Ich habe hierfür meinen Reststoff verwendet, dann habe ich hier noch eine alte Comic Con Tasche, die mir beim Einkaufen mal gerissen ist. Die Tragebänder, die nehmen wir einmal zur Halterung und wir brauchen transparente oder auch farbliche Tischklammern. Die verlinke ich euch natürlich nochmal in der Videobeschreibung, wo ihr solche herbekommt. Ich habe noch Bügelvlies verwendet, das habe ich jetzt vergessen mit aufzuführen und zwar die H250, auch dies verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Je nachdem, wie groß ihr es gerne haben möchtet, ich habe jetzt erstmal klein angefangen und zwar mit einer Höhe von 20 cm und einer Breite von 30 cm. Jetzt wird der Stoff einfach aufeinander gelegt und dort, wo unten quasi der Stoffbruch ist, dort fangen wir jetzt an, 3 cm von der Seite und von unten einzuzeichnen und dies Quadrat einmal auszuschneiden. Dann klappen wir das Ganze auf die andere Seite rüber, schneiden dort auch unser Quadrat aus. Nun legen wir unseren Stoff auf unser Volumenvlies, schneiden das zurecht und bügeln das auch gleichzeitig auf. Danach legen wir das auf unsere Einkaufstasche, schneiden auch das einmal aus und dann kommen wir schon zum Nähen. Wir klappen die beiden Stoffe einmal um, so dass wir die Seiten fixieren können mit unseren Heftnadeln oder unseren Klammern und dann werden die Seiten erstmal zugenäht. Jetzt nehmen wir die abgeschnittenen Kanten, legen dies aufeinander und nähen auch die Kanten nochmal zu bei beiden Stoffen. Jetzt wendet ihr einfach einen Stoff, welcher ist egal und dann könnt ihr sie ineinander stecken. Also so liegen ja die rechten Seiten, die beiden guten Seiten ineinander und jetzt steckt ihr oben einfach alles einmal ab, lasst aber wieder eine Wendeöffnung offen, damit dann alles einmal umgestülpt werden kann. Das Ganze wird jetzt einmal umgestülpt und danach wird die Naht oben schön auseinandergefummelt, mit Stecknadeln nochmal befestigt und wir machen da noch eine Steppnaht drüber, damit das ein bisschen sauberer aussieht. Nun geht es mit meinen Bändern weiter und zwar sind das ca. 6 cm. Da habe ich von der Naht 2 cm gerechnet und ab da an habe ich dann meinen Bandeimer umgeklappt. Das mit der Stecknadel fixiert und auf der anderen Seite habe ich die Kante auch einmal umgeklappt. Ihr könnt das natürlich mit dem Feuerzeug noch ein bisschen anfackeln, damit das nicht aufribbelt. Wenn ihr das aber einfach umklappt, dann geht das auch. Die andere Seite machen wir genauso, also der Abstand von der Naht sind 2 cm, damit das auch gleich ist. Versucht immer die Bänder relativ weit außen zu setzen, damit einfach der Halt besser gegeben ist. Jetzt wird es nur noch festgenäht. Zum Schluss müssen nur noch die Tischklammern einmal durchgezogen werden und dann können wir unseren Abfalleimer oder auch unsere kleine Hilfe an unserem Tisch befestigen. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht so schwer, solche coolen stylischen Abfalleimer oder halt auch Behälter, wo ihr zum Beispiel jetzt eure Scheren, euer Nähgarn, whatever. Aber das könnt ihr immer am Tisch halten und immer hier reinlegen, das ist auch ziemlich cool. Meistens würde ich das dann mit Stoff nehmen und wenn ihr was mit innen drin, mit Beschichtung habt, das würde ich tatsächlich dann auch für so einen Abfalleimer quasi nehmen. Wenn ihr jetzt die Fahnenabschnitte oder die Reststoffe da immer wieder schon rein tut, dann kippt ihr es einfach um und es wuselt nicht die ganze Zeit in dem Stoff innen drin rum, sondern da es geschichtet ist, fällt das einfach lose in den anderen Müll. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar Anregungen geschafft. Ihr könnt natürlich das auch einfach ohne diese Dinger nehmen und euch das hinstellen, also wie ihr lustig seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch auch gern einen Daumen nach oben und abonniert auch gern meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt jede Menge Spaß beim Nachnähen. Bis dahin! Bis zum nächsten Mal!